FSK 93 mit der Sendung die Explosion des globalen Antisemitismus. Heute werden wir uns vor allen Dingen mit Karl Marx beschäftigen. Vorher hatten wir uns ja schon mit den Kumpanen von Marx aus dem Doktor-Club beschäftigt und deren antisemitischen Äußerungen bzw. ihr antisemitisches Denken dargestellt. Diese Philosopher sind wohl unbestrittene Antisemiten. Bei Marx wurde daraus schon früh ein Streit, ist er nun Antisemit oder nicht? In den Abwehrblättern erschien eine Antwort von Eduard Bernstein, der Urvater der revisionistischen Sozialdemokratie, die an ihn als Parlamentsabgeordneter gestellt wurde. Die Abwehrblätter hießen von 1891 bis 1924 Mitteilungen aus dem Verein zur Abwehr des Antisemitismus und von 1925 bis 1933 Abwehrblätter. Sie können eingesehen werden in der digitalen Bibliothek des Münchner Digitalisierungszentrums. Wenn man Abwehrblätter bei Google eingibt, erhält man diese in grafischen Reprint. Die Abwehrblätter wurden in den Jahren 1891 bis 1933 wöchentlich vom Verein zur Abwehr des Antisemitismus publiziert. Sie enthalten im Wesentlichen aktuelle Meldungen über antisemitische Vorfälle und Strömungen, vor allem in Deutschland, aber auch in Österreich und Osteuropa bis hin nach Afrika und Amerika. Mit Grundsatzartikeln zum gesellschaftspolitischen Klima und Erzählungen aus dem jüdischen Leben, Abhandlungen über jüdische Besonderheiten sowie einer Fülle von Informationen über antisemitische Äußerungen von Personen des öffentlichen Lebens, war die Zeitschrift eine reiche Quelle für die Berichterstattung der liberalen Presse in Deutschland. Die Mitglieder des Vereins waren nicht nur Juden, sondern auch Christen, die sich zum Ziel gemacht hatten, öffentlich antisemitische Tendenzen zu bekämpfen. Dort erschien auch jetzt dieser Artikel, Karl Marx und die Juden, eine Antwort von Eduard Bernstein. Das Vorwort dazu, von den Antisemiten wird gerne im Sinne antisemitischer Beweisführung auf einen Ausspruch von Karl Marx Bezug genommen, der scheinbar judengegnerisch ist. Aus besonderem Anlass hatte sich einer unserer Freunde an den bekannten Marx-Forscher, Reichstagsabgeordneten Eduard Bernstein, mit einer diesbezüglichen Anfrage gewandt. Die Antwort, welche Eduard Bernstein erteilt hat, drucken wir mit von diesem freundlichen erteilten Genehmigung ab. Die Schriftleitung. Von interessierter Seite wird folgende Frage an mich gestellt. In der antisemitischen Presse findet sich immer wieder der Hinweis auf den Aufsatz, den Karl Marx in den deutschen, französischen Jahrbüchern von 1844 veröffentlicht hat und der äußerst scharfe Äußerungen gegen das Judentum tatsächlich enthält. Es wäre nun zu fragen, ist dieser Aufsatz, also zur Judenfrage, aus irgendwie zeitlichen gebundenen Ereignissen zu erklären? Zweitens, hat Marx seine Ausführungen irgendwo oder irgendwann ergänzt bzw. widerrufen? Hier meine Antwort, also die von Bernstein natürlich. Der Aufsatz zur Judenfrage, den Karl Marx in dem ersten und einzigen Heft, der von ihm im Verein mit Arnold Ruge herausgegebenen deutsch-französischen Jahrbüchern veröffentlicht hat, war keine grammatische Abhandlung von ihm, sondern die kritische Besprechung von zwei Abhandlungen Bruno Bauers über die Judenfrage. Marx rekapituliert darin, wiederholt Darlegungen Bruno Bauers, ohne sie durch Anführungsstriche auszuzeichnen, so dass oberflächliche Leser heute leicht vermeiden können, es mit Ansichten von Marx zu tun zu haben, während dieser sie im weiteren Verlauf des Aufsatzes selbst kritisiert. Nun fehlt es im Aufsatz freilich auch nicht an abfälligen Äußerungen über die Juden, die unmittelbar von Marx selbst herrühren. Mit Bezug auf sie darf zunächst nicht außer Betracht gelassen werden, dass der Aufsatz noch der frühesten Periode des Sozialisten Marx angehört, wo dieser sich noch nicht mit eigenen Untersuchungen ökonomischer und sozialwissenschaftlicher Natur befasst hatte und daher in verschiedenen Punkten von Voraussetzungen ausging, die er später als irrig selbst verworfen hat. So glaubte er zum Beispiel, dass Deutschland auf einem Stand der Entwicklung angelangt sei, wo nur noch die mit allen alten radikal aufräumende Revolution erwartet werden könne und schreibt, denn auch in dem gleichen Heft, in dem gleichen Aufsatz zur Kritik der hegelischen Rechtsphilosophie, In Deutschland ist die Emanzipation von dem Mittelalter nur möglich als die Emanzipation von den teilweise Überwindungen des Mittelalters. In Deutschland kann keine Art der Knechtschaft gebrochen werden, ohne jede Art der Knechtschaft zu brechen. Das gründliche Deutschland kann nicht revolutionieren, ohne von Grund aus zu revolutionieren. Es ist klar, dass demjenigen, der von dieser Auffassung ausging, Teilrevolution als sehr nebensächliche Dinge, Bewegungen für politische Reformen wie die staatsbürgerliche Emanzipation der Juden als irreführend bzw. aussichtslos erscheinen mussten und dass es ihm daher nicht verschlug, an ihnen eine Kritik zu üben, die ihn als grundsätzlichen Gegner erscheinen ließ. Dazu kommt, dass Karl Marx als der Sohn eines getauften Juden aufgewachsen war und schon deshalb von den Juden keine gute Meinung hatte. So nur war es möglich, dass dieser scharfsinnige Geist das Judentum als ein Ganzes nach der Schablone der Handvoll jüdischer Großfinanciers und der jüdischen Händler kennzeichnete, die selbst in Deutschland nur eine Minderheit dessen Juden waren, von Russland und Polen ganz zu schweigen und ganz unberücksichtigt ließ, dass selbst die große Mehrzahl der jüdischen Handelsleute, die mit dem Ranzen auf dem Rücken gebückt über Land zogen, doch auch nur proletarische Existenzen waren, für die es grausamer Hohn war zu schreiben, welches ist der praktische Grund des Judentums, das praktische Bedürfnis, der Eigennutz. Welcher ist der weltliche Kultus der Juden, der Schacher. Welcher ist sein weltlicher Gott, das Geld. Aber Marx beschränkte sich indes nicht darauf, den Juden ein verhältnismäßig großes Stück Verantwortung für die Ausbreitung des Schachers und der Geldherrschaft in der modernen Gesellschaft zuzuschreiben. Er hob zugleich hervor, dass diese moderne Gesellschaft selbst den Schacher und das Geld zur herrschenden Macht erhoben habe. Im gleichen Aufsatz schreibt er, Von dieser Auffassung aus konnte Marx den Aufsatz mit den Sätzen abschließen, Sobald es der Gesellschaft gelingt, das empirische Wesen des Judentums, den Schacher und seine Voraussetzungen, aufzuheben, ist der so begriffene, so Anmerkung Eduard Bernstein, Jude unmöglich geworden, weil sein Bewusstsein kein Gegenstand mehr hat, weil die Basis des Judentums das praktische Bedürfnis vermenschlicht, weil der Konflikt der individuell sinnlichen Existenz mit der Gattungsexistenz des Menschen aufgehoben ist. Die gesellschaftliche Emanzipation des Juden ist die Emanzipation der Gesellschaft vom Judentum. Aus dieser stark deduzierenden Sprache in unsere heutige volkstümliche Sprache übersetzt, heißt das, die Verwirklichung des Sozialismus macht dem, was man heute die Judenfrage nennt, ein Ende. Da damals selbst die konservativen Elemente Deutschlands noch nicht auf jene Stufe der Verlogenheit herabgesunken waren, die heute die Hauptmasse der sich antisemitisch oder völkisch nennenden Revolutionäre kennzeichnet, ist es auch, soweit mir die Literatur bekannt ist, keinem von ihren Wortführern eingefallen, den Marx'schen Aufsatz gegen Bewegungen für die staatsbürgerliche Gleichheit von Juden ausschlachten zu wollen. So hat er denn auch keine politische Polemik von irgendwelcher Bedeutung hervorgerufen und so ist auch Marx nicht auf ihn zurückgekommen und hat ihn der Vergessenheit überlassen. Stimmt nicht ganz, aber wir werden das noch sehen. Sein tieferes Eindrinken in die sozialen Zusammenhänge ließ Marx erkennen, dass die bestimmende Kraft der gesellschaftlichen Entwicklung auf dem Gebiet der Produktion zu suchen ist und ihre Erforschung galt fortan seinem Studium. Er arbeitete den Plan einer von dieser Erkenntnis ausgehenden Geschichtsbetrachtung aus, die er, nachdem er mit Friedrich Engels Freundschaft geschlossen, gemeinsam mit diesem zu einer Geschichtsauffassung vervollkommnet, die von ihrem materialistischen Geschichtsauffassung genannt worden ist und das klassische Produkt ihrer Zusammenarbeit, das Ende 1847 verfasste Manifest der Kommunistischen Partei, spricht eine ungleich klarere, jedes Missverständnis ausschließende Sprache. Er beschäftigt sich nicht mit der spintisierenden Auslegung von ideologischen Begriffen, sondern mit der Feststellung der Entstehung und den materiellen Lebensbedingungen von Gesellschaftsklassen, ihren Gegensätzen und Kämpfen und den geschichtlichen Ergebnissen dieser Kämpfe. Das schloss eine Behandlung der Judenfrage, wie sie in diesem Aufsatz geschah, aus. Und mit Marx zu reden, nur Narren und Schufte können durch herausgerissene Sätze aus Ersteren dessen Sinn fälschen und den großen Theoretiker des Sozialismus zum Kronzeugen für Demagogie herabwürdigen, der das Wirken von Marx als Politiker nie das kleinste Zugeständnis gemacht hat. Soweit Eduard Bernstein. Das war also in diesen Abwehrblättern am 21. Februar 1927. erschien. Also da machte man sich dann auch schon Sorgen um Karl Marx. Und Antisemiten haben diese Schrift tatsächlich zum Ausgangspunkt genommen. Aber jetzt, ob man ein Narr ist, wenn man seine Theorie dort so fälscht, wie Eduard meint, dazu werden wir ja noch kommen. Edmund Silberner war zwar kein Narr, aber wollte Marx tatsächlich eine Schlüsselstellung in der antisemitischen Tradition der Linken zuweisen. Hierbei spielte die sehr frühe Schrift zur Judenfrage, als auch Äußerungen in privaten Briefen und öffentliche in Zeitungsartikeln eine Rolle. Nur wurde die Schrift von Marx von 1943 gar nicht oder wenig rezipiert in der Linken, wie etwa die Studie Sozialdemokratie und Antisemitismus im Kaiserreich, die Auseinandersetzung der Partei mit den konservativen und völkischen Strömungen des Antisemitismus, 1871 bis 1914, also von Rosemarie Leuschen-Säppel nachweist, oder Hans-Gerd Henke in der Jude als Kollektivsymbol in der deutschen Sozialdemokratie 1890 bis 1914. Wie in dem Fall nicht leider größere Rezeption von Friedrich Engelsbrief über den Antisemitismus, in der er sich gegen die Identifikation von Juden mit dem Kapital wandte und ebenso auf die vielen jüdischen Proletarier in eheländen Verhältnissen, wurde gerade 1890 in sozialdemokratischen Zeitungen nachgedruckt. Bebels Rede Sozialdemokratie und Antisemitismus, 1893, auf dem Parteitag, die sich gegen Antisemitismus richtete, wurde gedruckt und später 1906 in großen Auflagen verbreitet. Auch in der bolschewistischen Datei Russlands ist vor den innerparteilichen Machtkämpfen kaum Antisemitismus festzustellen. Auch vorher schon spielte die Schrift zur Judenfrage kaum eine Rolle. Die Zeiträume dann später, da ändert sich das auch in Russland. Die Befürworter wie Gegner der These Marx sei Antisemit berufen sich unter anderem auf den folgenden Absatz aus einem Brief an Ruge vom 17. März 1843. Manche zitieren nur den ersten Satz. Soeben kommt der Vorsteher der hiesigen Israeliten zu mir und er sucht mich um eine Petition für die Juden an den Landtag und ich will es tun, um rechtens die Unterstützung Marxens der Juden-Emanzipation hervorzuheben. Weggelassen wird allerdings oft der Rest. So widerlich mir der israelitische Glaube ist, so Marx, so scheint mir Bauers Ansicht doch zu abstrakt. Es gilt so viele Löcher in den christlichen Staat zu stoßen als möglich und das Vernünftige so viel an uns einzuschmuggeln. Das muss man wenigstens versuchen und die Erbitterung wächst mit jeder Petition, die mit Protest abgewiesen wird. Soweit dieser Brief an Ruge war das übrigens. Hierbei geht es aber mehr um Religionskritik und diejenigen, die Marx für einen Antisemiten halten, haben wesentlich gar keinen Antisemitismusbegriff, kennen auch den jungen klegelianischen Kontext oft nicht, unter anderem ist aber selber da ausgenommen. Und die Kritik steht im Kontext der historischen Erfahrungen von Auschwitz, in dessen Lichte Vorläuferschaft oder Wurzel des Antisemitismus leichter als Vorwurf über die Lippen ging. Auch Formulierungen wie Schacher, schimerische Nationalität wecken so Assoziationen zum Antisemitismus. Und Silberner hat die Religionskritik als eine Art schmerzloser Liquidation der Juden interpretiert und auch zum Vorläufer von Auschwitz gezählt. Oft allerdings ist die Intention, politischer Natur, nämlich Marx als Kritiker der kapitalistischen Gesellschaft, in Misskredit zu bringen. Die Möglichkeit dazu beruht auf einem theoretischen Defizit bei Marx, nämlich auf der Voraussetzung der Verbindung von Juden mit dem Schacher, die sowohl die Vorstellungen von der ökonomischen Praxis der Juden als auch von der jüdischen Religion bestimmen. Aber ist deswegen Marx dann Antisemit, wo er doch selber auch als Jude beschimpft wurde. Beispiel in einem Brief Arnold Ruges, an dessen Mutter, geschrieben als Marx nicht mehr sein Freund war, bezeichnet er diesen als unverschämten Juden. Möglicherweise hielt er die hauptsächlichen religionskritischen Äußerungen für strategisch und von den anderen wusste er, dass sie von Bauer stammten. Und dann wären wir nun bei Marxens zur Judenfrage. Diese beginnt mit der Fragestellung Bauers, wie sei es die Privilegien der Juden im christlichen preußischen Staat, sei es der Absonderung von der sie umgebenden Gesellschaft aufzuheben sei. Der Ausschließlichkeitsanspruch der christlichen Religion sei ein Hindernis, Menschen anderer Glaubens zu emanzipieren und verhindere, dass jemand zugleich Jude und Staatsbürger sei. Die antijüdische Interpretation des Außerwildheitsglaubens, der den Willen, sich sozial und beruflich in die bürgerliche Gesellschaft einzugliedern, zur Unmöglichkeit erklärt, führt dazu, die Juden, für die sie auf sie ausgeübte Repression selber verantwortlich zu machen. Die Emanzipation der Juden, wie wir ja schon dargelegt haben, hält er für eine widersinnige Forderung, also der Bauer, wie wir ja schon dargelegt haben, hält er es für eine widersinnige Forderung, der Staat würde sein christliches Vorurteil ablegen und zum a-religiösen Staat werden, aber die Juden würden ihr eigenes religiöses Vorurteil in diesem Staat behalten können. Marxens Argumentation basiert auf dem Argument, dass Bauer die Frage der Emanzipation falsch stelle, nämlich als religiöse, und daher sich auf den Widerspruch von Christentum und Judentum versteife. Daher wird aus einem gesellschaftlich praktischen Problem ein religiös-idealistisches. Die USA ist für Marx eine Art Leitidee, was er im Vergleich typischer Staaten herausarbeitet. Zu der Zeit hat er ja noch keinen Begriff von Kritik der Ökonomie, sondern argumentiert noch politisch. Wenn es heißt, die Judenfrage erhält eine veränderte Fassung, je nachdem Staate, in welchem der Jude sich befindet. In Deutschland, wo kein politischer Staat, kein Staat als Staat existiert, ist die Judenfrage eine rein theologische Frage. Der Jude befindet sich im religiösen Gegensatz zum Staat, der das Christentum als seine Grundlage bekennt. Dieser Staat ist Theologe, es ex professo. Die Kritik ist hier Kritik der Theologie, zweischneidige Kritik. Kritik der christlichen, Kritik der jüdischen Theologie. Aber so bewegen wir uns immer noch in der Theologie, so sehr wir uns auch kritisch in ihr bewegen mögen. In Frankreich und im konstitutionellen Staat ist die Judenfrage die Frage des Konstitutionalismus, die Frage von der Halbheit der politischen Emanzipation. Da hier der Schein einer Staatsreligion, wenn auch in einer nichts sagenden und sich selbst widersprechenden Formel, in der Formel einer Religion der Mehrheit beibehalten ist, so behält das Verhältnis der Juden zum Staat den Schein eines religiösen, theologischen Gegensatzes. Erst in den nordamerikanischen Freistaaten, wenigstens in einem Teil derselben, verliert die Judenfrage ihre theologische Bedeutung und wird zu einer wirklich weltlichen Frage. Nur wo der politische Staat in seiner vollständigen Ausbildung existiert, kann das Verhältnis des Juden, überhaupt des religiösen Menschen zum politischen Staat, also das Verhältnis der Religion zum Staat, in seiner Eigentümlichkeit, in seiner Reinheit heraustreten. Die Kritik dieses Verhältnisses hört auf, theologische Kritik zu sein, sobald der Staat aufhört, auf theologische Weise sich zur Religion zu verhalten, sobald er sich als Staat, das heißt politisch, zur Religion verhält. Die Kritik wird dann zur Kritik des politischen Staates. An diesem Punkt, wo die Frage aufhört, theologisch zu sein, hört Bauers Kritik auf, kritisch zu sein. So Nordamerika, die USA, als politischer Staat im vollendeten Sinne, so Marx, bringe die Religion gar nicht zum Verschwinden, sondern mache sie zur Privatsache seiner Bürger und der Staat emanzipiere sich von der Religion. Durch die amerikanische Revolution sei also Staat und Gesellschaft getrennt und die ständig feudale Kooperationen zerstört, was bei den USA ja schon vollendet war. Weiter Marx, die politische Revolution, welche diese Herrschermacht stürzte und die Staatsangelegenheiten zu Volksangelegenheiten erhob, welche den politischen Staat als allgemeine Angelegenheit, das heißt als wirklichen Staat konstituierte, zerschlug notwendig alle Stände, Kooperationen, Innungen, Privilegien, die ebenso viele Ausdrücke der Trennung des Volkes von seinem Gemeinwesen waren. Die politische Revolution hob damit den politischen Charakter der bürgerlichen Gesellschaft auf. Sie zerschlug die bürgerliche Gesellschaft in ihre einfachen Bestandteile, einerseits in die Individuen, andererseits in die materiellen und geistigen Elemente, welche den Lebensinhalt, die bürgerliche Situation dieser Individuen bilden. Sie entfesselte den politischen Geist, der gleichsam in die verschiedenen Sackgassen der feudalen Gesellschaft zerteilt, zerlegt, zerlaufen war. Sie sammelte ihn aus dieser Zerstreuung. Sie befreite ihn von seiner Vermischung mit dem bürgerlichen Leben und konstituierte ihn als die Sphäre des Gemeinwesens, der allgemeinen Volksangelegenheit in idealer Unabhängigkeit von jenen besonderen Elementen des bürgerlichen Lebens. Die Gesellschaft wurde also bei Marx in unabhängige Individuen aufgelöst oder wie Marx-Hobbs zitiert, Sphäre des Egoismus, des Bellum Omnium Contra Omnis, der Kampf eines jeden gegen jeden. Und daraus folgert er, Keines der sogenannten Menschenrechte geht also über den egoistischen Menschen hinaus, über den Menschen wie ein Mitglied der bürgerlichen Gesellschaft, nämlich auf sich, auf sein Privatinteresse und seine Privatwillkür zurückgezogenes und vom Gemeinwesen abgesondertes Individuum ist. Weit entfernt, dass der Mensch in ihnen als Gattungswesen aufgefasst wurde, erscheint vielmehr das Gattungsleben selbst, die Gesellschaft als ein Individuum äußerlicher Rahmen, als Beschränkung ihrer ursprünglichen Selbstständigkeit. Das einzige Band, das sie zusammenhält, ist die Naturnotwendigkeit, das Bedürfnis und das Privatinteresse, die Konservation ihres Eigentums und ihrer egoistischen Person. Das Gattungswesen ist so ein Allgemeines, das im Gegensatz zum Leben stünde. So schreibt Marx, der vollendete politische Staat ist seinem Wesen nach das Gattungsleben des Menschen im Gegensatz zu seinem materiellen Leben. Alle Voraussetzungen dieses egoistischen Lebens bleiben außerhalb der Staatssphäre in der bürgerlichen Gesellschaft bestehen, aber als Eigenschaften der bürgerlichen Gesellschaft. Wo der politische Staat seine wahre Ausbildung erreicht hat, führt der Mensch nicht nur im Gedanken, im Bewusstsein, sondern in der Wirklichkeit, im Leben, ein doppeltes, ein himmlisches und ein irdisches Leben, das Leben im politischen Gemeinwesen, worin er sich als Gemeinwesen gilt und das Leben in der bürgerlichen Gesellschaft, worin er als Privatmensch tätig ist, die anderen Menschen als Mittel betrachtet, sich selbst zum Mittel herabwürdigt und zum Spielwahl fremder Mächte wird. Der politische Staat verhält sich ebenso spiritualistisch zur bürgerlichen Gesellschaft wie der Himmel zur Erde. Das ist alles Thema der Schrift zur Judenfrage. Da ist nicht immer in jedem Satz von Juden die Rede, zunächst einmal, jedenfalls nicht prima facie. Und da stellt sich dann also auch folgendermaßen, da war Marx noch nicht, da Marx der Kritik der politischen Ökonomie war, sondern der bloß politische Marx. Der Konflikt, in welchem sich der Mensch als Bekenner einer besonderen Religion mit seinem Staatsbürgertum, mit den anderen Menschen als Gliedern des Gemeinwesens befindet, reduziert sich auf die weltliche Spaltung zwischen dem politischen Staat und der bürgerlichen Gesellschaft. Für den Menschen als Bourgeois ist das Leben im Staat der nur Schein oder eine momentane Ausnahme gegen das Wesen und die Regel. Allerdings bleibt der Bourgeois wie der Jude nur sophistisch im Staatsleben, wie der Citoyen nur sophistisch Jude oder Bourgeois bleibt. Aber diese Sophistik ist nicht persönlich. So ist die Sophistik des politischen Staates sie ist die Sophistik des politischen Staates selbst. Die Differenz zwischen dem religiösen Menschen und dem Staatsbürger ist die Differenz zwischen dem Kaufmann und dem Staatsbürger, zwischen dem Taglöhner und dem Staatsbürger, zwischen dem Grundbesitzer und dem Staatsbürger, zwischen dem lebendigen Individuum und dem Staatsbürger. Der Widerspruch, in dem sich der religiöse Mensch mit dem politischen Menschen befindet, ist derselbe Widerspruch, in welchem sich der Bourgeois mit dem Citoyen, in welchem sich das Mitglied der bürgerlichen Gesellschaft mit seiner politischen Löwenhaut befindet. Die theologischen Probleme werden also aufgelöst in gesellschaftlich praktische. Da denkt im Übrigen Marx noch ganz auf den Boden des Bourgeois-Denkens, also den Wortlaut, der hätte viele beeindrucken können, sei nicht verschwiegen. Er schreibt, die feudale Gesellschaft war aufgelöst in ihrem Grund, in den Menschen. Aber in den Menschen, wie er wirklich ihr Grund war, in den egoistischen Menschen. Dieser Mensch, das Mitglied der bürgerlichen Gesellschaft, ist nun die Basis, die Voraussetzung des politischen Staates. Er ist von ihm als solcher anerkannt in den Menschenrechten. Die Freiheit des egoistischen Menschen und die Anerkennung dieser Freiheit ist aber vielmehr die Anerkennung der zügellosen Bewegung der geistigen und materiellen Elemente, welche seinen Lebensinhalt bilden. Der Mensch wurde daher nicht von der Religion befreit. Er erhielt die Religionsfreiheit. Er wurde nicht vom Eigentum befreit. Er erhielt die Freiheit des Eigentums. Er wurde nicht von dem Egoismus des Gewerbes befreit. Er erhielt die Gewerbefreiheit. So weit dieser junge Marx. Die Spaltung von egoistischen Individuen und Staatsbürgern gilt es allerdings bei Marx aufzuheben, nicht in eine der beiden Richtungen aufzulösen. Man kann sich das ja heute als neoliberalen Kampf eines jeden gegen jeden auf der einen Seite als faschistischen oder nationalsozialistische Liquidation des possessiven Individualisten gar als eine Masse von kleinen Stalins vorstellen. Hier sind alle Keime unheilvoller Entwicklungen als Möglichkeit abgewiesen. Aber es ist immer noch Emanzipation noch keine menschliche Revolution. Erst wenn der wirkliche individuelle Mensch den abstrakten Staatsbürger in sich zurücknimmt, schreibt Marx, und das individuelle Mensch in seinem empirischen Leben, in seiner individuellen Arbeit, in seinen individuellen Verhältnissen Gattungswesen geworden ist, erst wenn der Mensch seine eigenen als gesellschaftliche Kräfte anerkannt und organisiert hat und daher die gesellschaftliche Kraft nicht mehr in der Gestalt der politischen Kraft von sich trennt, erst dann ist die menschliche Emanzipation vollbracht. Mit dieser Formulierung endet der erste Teil, der vor allem Bauers die Judenfrage thematisierte, auf den aber immer wieder angespielt wird und es beginnt der Teil, aus dem diejenigen gern zitieren, die Marx Antisemitismus bejagd scheinigen wollen. Thema ist der andere Aufsatz Bauers, die Fähigkeit der heutigen Juden und Christen frei zu werden. Marx moniert, dass Bauer die Frage der Judenemanzipation in eine religiöse verwandelte. An die Stelle der Frage, ob Judentum oder Christentum frei mache, tritt diese, ob die Negation des Judentums oder die des Christentums freier mache. Wir hatten das ja schon bei Bauer diskutiert, die Juden sollten sich zum aufgelösten Christentum bekennen, nicht zu diesem selbst. Der Jude gäbe der Menschheit nichts, wenn er sein beschränktes Gesetz missachte, sofern er sein ganzes Judentum aufhebe. Marx hatte zu der Zeit seine Geldkritik überhaupt noch nicht entwickelt, allenfalls etwas von Proudhon dazu mitbekommen. Daher finden wir auch im Lichte seiner Kritik der politischen Ökonomie merkwürdig klingende Geldkritik, die vorgetragen wird, als ob jemand zwar Selbstbewusstsein, aber kein Selbst hätte. Also die berühmten, oft kritisierten Thesen jetzt von Marx. Wir versuchen, die theologische Fassung der Frage zu brechen. Die Frage nach der Emanzipationsfähigkeit des Juden verwandelt sich uns in die Frage, welches besondere gesellschaftliche Element zu überwinden sei, um das Judentum aufzuheben. Denn die Emanzipationsfähigkeit des heutigen Juden ist das Verhältnis des Judentums zur Emanzipation der heutigen Welt. Dies Verhältnis ergibt sich notwendig aus der besonderen Stellung des Judentums in der heutigen geknechteten Welt. Betrachten wir den wirklichen, weltlichen Juden, nicht den Sabbatsjuden, wie Bauer es tut, sondern den Alltagsjuden. Suchen wir das Geheimnis des Juden nicht in seiner Religion, sondern suchen wir das Geheimnis der Religion im wirklichen Juden. Welches ist der weltliche Grund des Judentums? Das praktische Bedürfnis der Eigennutz. Welches ist der weltliche Kultus des Juden? Der Schacher. Welches ist ein weltlicher Gott? Das Geld. Und dann kommt auch die Formulierung, die auf Silber moniert, die schemärische Nationalität des Juden ist die Nationalität des Kaufmanns überhaupt des Geldmenschen. Allerdings werden wir nun gleich sehen, dass zwar Marx noch nicht der Kritiker der politischen Ökonomie ist, aber weder Geld noch Kapital aus dem Judentum herleitet, sondern dann doch eher umgekehrt. Dass er dann das Resultat einer Entwicklung dann mit übelsten Schimpfworten versieht, die später auch zum Vokabular der Antisemiten gehören wird, macht es nicht leicht, ihm für den späteren linken Antisemitismus eine katalysatorische Wirkung, was die Sprache angeht, also nicht eine gewisse Verantwortung zuzusprechen. Marx macht historisch und moralisch Schacher und Geld für den Juden verantwortlich und eben nicht, wie die Antisemiten, die Juden für Schacher und Geld. Die bürgerliche Gesellschaft ist bei Marx auch nicht Machenschaft der Juden, wie später Heidegger tönte, und Marx will die bürgerliche Gesellschaft kritisieren und zu einer menschlichen verändern. Er stellt auch nicht den Juden als mächtigen Feind, wahren Herrscher, Verschwörer oder Drahtzieher hin, wie das Antisemiten zu tun pflegen, und betont, dass das Geld durch oder ohne Juden zur Weltmacht geworden wäre. Im Gegenteil findet sich die umgekehrte, allerdings auch nicht weniger falsche Formulierung. Aus ihren eigenen Eingeweiden erzeugt die bürgerliche Gesellschaft fortwährend den Juden. Und dann konkretisiert das Marx, aber verbleibt noch der verkürzten polizistischen Perspektive verhaftet, die er dann ja später korrigieren wird. Und was auch Engels berücksichtigen wird, diese Macht zwar Marx nicht zum Antisemiten, auch weil er das umgekehrt er ja selber erlebt hatte, schließlich war sein Vater zur Konversion gezwungen, nicht weil die Juden so mächtig, sondern so onmächtig gewesen war. Er halluzinierte nicht, wie andere Jungligianer die Juden als unsichtbare Macht, sondern umgekehrt unterlagen die Juden der neuen Welt verstärkt. Wenn man die folgenden Formulierungen im Zusammenhang liest, dürfte das doch klar sein. Das Judentum konnte keine Welt neu schaffen, sagt er, es konnte nur die neuen Weltschöpfungen und Weltverhältnisse in den Bereich seiner Betriebsamkeit ziehen, weil das praktische Bedürfnis, dessen Verstand der Eigennutz ist, sich passiv verhält und sich nicht beliebig erweitert, sondern sich erweitert findet mit der Fortentwicklung der gesellschaftlichen Zustände. Das Judentum erreicht seinen Höhepunkt mit der Vollendung der bürgerlichen Gesellschaft. Aber die bürgerliche Gesellschaft vollendet sich erst in der christlichen Welt. Nur unter der Herrschaft des Christentums, welches alle nationalen, natürlichen, sittlichen, theoretischen Verhältnisse den Menschen äußerlich macht, konnte die bürgerliche Gesellschaft sich vollständig vom Staatsleben trennen, Gattungsbande des Menschen zerreißen, den Egoismus, das eigennützige Bedürfnis an die Stelle dieser Gattungsbande setzen, die Menschenwelt in eine Welt atomistischer, feindlich sich gegenüberstehender Individuum auflösen. Das Christentum ist aus dem Judentum entsprungen, es hat sich wieder in das Judentum aufgelöst. Der Christ war von vornherein der theoretisierende Jude, der Jude ist daher der praktische Christ und der praktische Christ ist wieder Jude geworden. Das Christentum hatte das reale Judentum nur zum Schein überwunden. Es war zu vornehmen, zu spiritualistisch, um die Ruheheit des praktischen Bedürfnisses anders als durch die Erhebung in die blaue Luft zu beseitigen. Soweit Marx. In der heutigen Zeit klingt das natürlich etwas seltsam, aber zur damaligen Zeit nicht. Wie das bei anderen klingt, haben wir ja bereits mehrfach vernommen. Wenn Charles Foyer von 808 die Juden für eine fremde Gruppe hielt, die durch allerlei Verschwörungen die französische Wirtschaft ausbeute oder übernehme, oder wenn Proudant dazu auffordert, die Juden, die als Rasse alles vergiften, nach Asien zurückzuschicken oder sie auszurotten, er müsse verschwinden. Eher konnte man Bakunin, der einst ja mit anderen jungen Hygianern in Schellings Vorlesung über Philosophie der Offenbarung saß, das vorwerfen. Formulierungen, die wir später bei Hitler und anderen Nazis finden, vorweggenommen zu haben. Nämlich, dass die jüdische Verschwörung sich des Kapitalismus wie Kommunismus bediene. Also Originalton Bakunin, bitte am Stuhl festhalten. Selbst ein Jude hat Marx um sich, eine Menge kleiner, mehr oder weniger, gescheiter, intriganter, beweglicher, spekulierender Juden, wie es die Juden überall sind, Handels- und Bankagenten, Literaten, Politiker, Korrespondenten für Zeitungen aller Schattierung, mit einem Wort literarische Makler, so wie sie finanzielle Makler sind, sie haben sich aller Zeitungen bemächtigt. Nun, diese ganze jüdische Welt, die einen einzigen fressenden Parasiten bilden, eng und intim, nicht nur über die Staatsgrenzen hin, sondern auch über alle Verschiedenheiten der politischen Meinung hinweg. Diese jüdische Welt steht heute zum großen Teil einerseits Marx, andererseits Rothschild zur Verfügung. Dies mag sonderbar erscheinen. Was kann es zwischen dem Kommunismus und der Großbank Gemeinsames geben? Oh, der Kommunismus von Marx will die mächtige staatliche Zentralisation und wo es eine solche gibt, muss heutzutage unvermeidlich eine zentrale Staatsbank bestehen und wo eine solche besteht, wird die parasitische jüdische Nation, die in der Arbeit des Volkes spekuliert, immerhin ein Mittel zu bestehen finden. Das ist in diesen alten Rohwollt-Bändchen, nicht, Barconin, Gott und Staat und andere Schriften enthalten. Bei Barconin wird Marx gänzlich zum Juden. Aber Silberner behauptet, Marx hätte das Judentum als antisoziales Element bezeichnet, das sich auflösen müsse. Genauer besehen, erweist sich aber, dass Marx etwas ganz anderes sagt. Das genaue Zitat, wo dieses mit dem antisozialen Element vorkommt, das man immer vorhält, wir erkennen also im Judentum ein allgemeines, gegenwärtiges, antisoziales Element, welches durch die geschichtliche Entwicklung, an welcher die Juden in dieser schlechten Beziehung eifrig mitgearbeitet, auf seine jetzige Höhe getrieben wurde, auf eine Höhe, auf welche er sich notwendig auflösen muss. Und zitiert Bauer, ohne Nennung, die Judenemanzipation in ihrer letzten Bedeutung ist die Emanzipation der Menschheit vom Judentum. Demnach wird behauptet, dass das antisoziale Element, das beseitigt werden solle, sich auch im Juden zeigt, die an der geschichtlichen Entwicklung mitgearbeitet hätten. Die Entfremdung, von der Marx damals sprach, gründete seiner damaligen Auffassung nach noch nicht in der Gesellschaft, in der kapitalistischen Produktionsweise herrscht, sondern in Geld und Schacher als Phänomene der Zirkulation. So hieß es dann noch, das Geld ist der allgemeine, für sich selbst konstituierte Wert aller Dinge. Es hat da die ganze Welt, die Menschenwelt wie die Natur ihres eigentümlichen Wertes beraubt. Das Geld ist das dem Menschen entfremde Wesen seiner Arbeit und seines Daseins. Und dies fremde Wesen beherrscht ihn und er betet es an. Der Gott der Juden hat sich verweltlicht, er ist zum Weltgott geworden. Der Wechsel ist der wirkliche Gott des Juden. Sein Gott ist nur der illusorische Wechsel. Das ist zwar kein antisemitischer Judenstereotyp, aber dennoch noch ein Stereotyp, der die Zirkulationssphäre noch nicht als scheinhaft und produktiven Grund von Ideologiebildung erkannt hat. Bereits in den Pariser Manuskripten, wo zwar noch von Gattungswesen Entfremde und Geld in dem Sinne die Rede ist, wie vorher, werden Juden gar nicht mehr erwähnt. In der Heiligen Familie, wo er sich ja auch mit Bauer beschäftigt, auf diese Beschäftigung kommen wir dann auch nochmal später zurück, besinnt er sich zwar auf die alte Schrift zur Judenfrage, aber hier gibt es dann doch einen Unterschied, dass Schacher und Geld nicht produktiver Grund der Erhaltung des Judentums sei, sondern die kommerzielle und industrielle Praxis. Aber noch ein letztes Mal wird das Judentum missbraucht, als Chiffre für die bürgerliche Gesellschaft und deren Unmenschlichkeit. Es wird deutlich, dass Marx nicht einfach wie Bausteine aus dem Stabilkasten aus jeder Phase seines Denkens zitiert werden kann, sodass man die Judenfrage zitiert und meint dann, das Kapital zu treffen. Man kann sogar hier an der Schrift Heilige Familie erkennen, dass die Entwicklung seines Denkens weiterging. Um Max Stirner zu kritisieren, beispielsweise dessen Wirkung hin zu Gesell und Mussolini hineinreicht, musste er die Redeweise vom Gattungswesen als Hypostasierung der Gattung kritisieren, stellte dann aber später fest, dass das Wertgesetz als innere solchen Hypostasierung gleicht. Aber die Kritik auch an Bauer, wie sie hier noch einmal aufgegriffen wird, in der Heiligen Familie, zeigt auch schon, dass die materielle Produktion einen höheren Stellenwert als Gegenstand und Gegenstand der Kritik erhält. Mit dem Mann ist ja Marx selbst gemeint, wie wir leicht erinnern. Mann bewies dagegen, dass das Judentum durch die Geschichte in und mit der Geschichte sich erhalten und entwickelt habe. Das aber nicht mit dem Auge des Theologen, sondern mit dem Auge des Weltmannes, weil nicht in der religiösen Theorie, sondern nur in der kommerziellen und industriellen Praxis diese Entwicklung zu finden sei. Man erklärte, warum das praktische Judentum seine Vollendung erst in der vollendeten christlichen Welt erreicht. Ja, die vollendete Praxis der christlichen Welt selber ist. Man erklärte das Dasein des heutigen Juden nicht aus seiner Religion, als ob diese ein apartes für sich existierendes Wesen wäre. Man erklärte das zähe Leben der jüdischen Religion aus praktischen Elementen der bürgerlichen Gesellschaft, welche in jene Religion einen fantastischen Reflex finden. Die Emanzipation der Juden zu Menschen oder die menschliche Emanzipation vom Judentum wurde daher nicht wie von Herrn Bauer als die spezielle Aufgabe des Juden, sondern als allgemeine praktische Aufgabe der heutigen Welt, die bis in ihr innerstes Herz jüdisch sei, gefasst. Man bewies, dass die Aufgabe, das jüdische Wesen aufzuheben, in Wahrheit die Aufgabe sei, das Judentum der bürgerlichen Gesellschaft, die Unmenschlichkeit der heutigen Lebenspraxis die im Geldsystem ihre Spitze erhält, aufzuheben. So, also die heilige Familie, die die Schrift zur Judenfrage noch einmal aufnimmt, aber wie wir dann sehen, auch bestimmte Zusätze macht, die da noch nicht enthalten waren. Die industrielle Praxis spielt jetzt plötzlich eine größere Rolle. Das bedeutet, dass Marx sozusagen jetzt schon auf dem Sprung ist, sich dann mit Ökonomie zu beschäftigen, was er ja dann auch in den Pariser Monuskripten dann tun wird. Dass Marx, das damalige Judenbild der Zeit unkritisch in seinem Denken übernahm, liegt auch daran, dass seine kritische Methode in Auseinandersetzung mit den verkrachten Existenzen der Junghegelianer gewann. Also was ich da eher Philosopher nenne, hierbei überhaupt Juden Emanzipation, Judentum Juden zum Thema zu machen. Darum ging es ihm weniger, als seine kritische Verfahrensweise des Denkens an einem Gegenstand auszuprobieren und den Idealismus eines Bauers zu demontieren. Dies anhand seiner Schrift, also der Judenfrage. Dies hatte er auch in seiner ersten größeren Auseinandersetzung mit Hegel getan, wo es auch um einen Hegel auf die Füße stellen ging. Die materialistische Umstülpung Hegels wird ja so genannt. Die Formulierung findet sich so wortwörtlich gar nicht bei Marx, ist aber mittlerweile zu einem Topos geworden. Nicht die Verfolgung und Beileidigung der Juden war sein Thema oder seine Absicht, sondern die Veränderung der bürgerlichen Gesellschaft zu einer menschlichen, wozu allerdings erst seine Kritik der politischen Ökonomie tauglich sein wird. Auf die politische Emanzipation der bürgerlichen Revolution sollte die menschliche folgen. Wir sehen also, es gibt nicht nur einen Marx, obwohl es immer ein oder selbe Marx ist, sondern ein Marx der frühen Schriften, der ganz frühen, der etwas späteren Schriften und nicht. Das sind verschiedene Phasen, in der er sein eigenes Denken entwickelt, anhand von den kritisierten Gegenständen immer wieder modifiziert. Er war ja mit Bauer anfänglich befreundet, er war mit Feuerbach befreundet, sogar mit Proudhon, der nun wirklich eigentümlich antisemitisch ist. Marx identifiziert sich zeitweilig mit diesen Leuten und fängt dann immer an, aus durchaus methodologischen Gründen, aus der Aneignung seiner eigenen Verfahrensweise des Denkens heraus, diese Leute zu kritisieren. Wir werden das auch noch genauer sehen, hinsichtlich Feuerbach und Aneignung von Max Sterner modifiziert er seine eigene Redeweise vom Gattungswesen, diese Hypostasierung, von der ich gesprochen habe. Sterners Der einzige und das Eigentum wurde ja auch zu einer Schrift, die auch äußerst wirkungsmächtig geworden war. Theoretiker wie die dem Antisemitismus und auch Proudhon sehr nahe standen, können auch auf Sterner zurückgeführt werden. Das ist nachgewiesen worden unter anderem also für Gesell, der bis heute noch bei einigen anarchistischen Strömung beliebt ist. Da sieht man dann auch diese Differenzierung von raffenden und schaffenden Kapital und so ist, das kann man auch dort nachweisen. Dann hat man auch nachgewiesen, dass also Mussolini so ein Anhänger war. Dazu werden wir natürlich auch noch in den nächsten Sendungen einiges hinzufügen müssen. Das nächste Mal werden wir uns natürlich auch noch mal mit Bauer-Kritik beschäftigen, weil ja auch Marx seine Theorien so verändert, dass das, was zu einem Antisemitismus führen könnte, abgewiesen wird. Das heißt, seine Theorie verändert sich so, dass man einen Antisemitismus daraus nicht mehr herleiten könnte. Aber hier sind wir ja noch bei der Judenfrage und haben so zunächst einmal diese Antwort, die Eduard Bernstein gegeben hatte. in einem bestimmten Sinne verifiziert. Auf der anderen Seite war Eduard Bernstein ja gewissermaßen der Urvater des Revisionismus und wurde auch von Rosa Luxemburg beispielsweise kritisiert, der berühmte Aufsatz zur Reform und Sozialreform und Sozialrevolution, wo eine Dialektik von Sozialreformation und Sozialrevolution thematisiert wird, richtete sich ja auch gegen Bernsteins revisionistischer Sozialdemokratie. Aber das spielte in den Anfangsjahren noch nicht die Rolle, zumal Karl Marx noch zu der alten Sozialdemokratie zu zählen ist. Es hat sich auch so bestätigt, dass man Marx nicht so ohne weiteres als Antisemiten klassifizieren kann, was sehr viele tun, aber dennoch tun. Silberner hat das getan, partiell finden wir es bei Micha Brumlick und ähnlichen Auffassungen. Da wird aber eben die Umkehrung, die Argumentation gegenüber dem Antisemitismus darstellt, nicht wirklich berücksichtigt. dieses zu berücksichtigen war zunächst einmal hier mein Anliegen, um das so bürokratisch zu sagen. Deutlich wird auch, dass also in dieser Formulierung das Geld ist der allgemeinste für sich selbst konstituierte Wert aller Dinge, nicht der wirkliche Gott der Juden. dies ist beim Marx des Kapitals auch schon in der ersten Auflage gar nicht mehr vereinbar. Hier könnte man schon eher zumindest Momente von Antisemitismus entdecken, wenn man so will. weil dann die unsichtbare Hand, die im Geld steckt, dann auf den Juden projiziert wird. Das werden wir dann das nächste Mal dann nochmal näher darstellen und auf das, was wir auch schon gemacht haben, also die Poston-Thesen werden wir dann auch nochmal auf Marx beziehen. Denn Vielen Dank.